Yo Leute, Willkommen zurück zu ARK, Survival Evolved. Ähm, ich hab mich wieder in die Freiheit gekämpft. Ähm, nein, im Ernst, es hat mich die letzten paar Parts so hart angekotzt, dass die Map mich gefühlt ständig verarschen wollte. Es war einfach nicht so mein Spielstil, ähm, da einen auf Hardcore-Tryer zu machen. Und deswegen hab ich gesagt, wir gehen auf die Map The Island. Da ich das Ganze jetzt allerdings nicht komplett von vorne machen wollte, das heißt wieder erstmal Holzfarben, Steinefarben, etc. pp., wobei, das muss ich gleich trotzdem machen, hab ich jetzt gesagt, wir starten ungefähr da, wo ich auch vorher war. Ich hab's nicht hingekriegt, genau Level 60 zu machen. Beziehungsweise 59, ich glaub, wir waren 59. Ging jetzt innerhalb von 2 Minuten. Also, es war wirklich 2 Minuten, war ich fertig mit dem Scheiß. Weil ich hab einfach den XP, äh, Multiplikator auf 1000 gestellt. Dann hab ich hier so 2-3 Mal die, ähm, Moment. Äh, 2-3 Mal mir das Inventar ein bisschen Erfolg gefarmt und war dann fertig. Okay, du bist ein Böses Viech, nehm ich an. Hau ab. So, ich hab bis jetzt aber dementsprechend noch kein Level abgemacht oder sowas. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, Ich möchte eigentlich ganz klassisch für mich möchte ich ins Wasser. Das heißt, ich möchte erst einmal Health, weil die Viecher im Wasser nicht unbedingt so die angenehmsten sind. Oxygen. Ähm, 500 reicht vollkommen aus. Ähm, finde ich zumindestens. Man kommt leider auch nicht so schnell hoch. Um halt, äh, Sachen abzulegen. Das heißt, so, na, 300 würde ich sagen. Passt schon. Äh, und Meal Damage sollten wir auch ein bisschen haben. Campfire, Hatchet, Spear. Ähm, Klamotten technisch werde ich natürlich standardmäßig machen. Das brauchen wir. Ähm, die Storage Box bauen wir auch auf jeden Fall. Im Endeffekt kann ich sogar unten das, was ich wirklich haben möchte, kann ich erst einmal anklicken. Äh, er forscht dann automatisch das, was er dafür braucht. Also hätte ich jetzt, Moment, hätte ich jetzt hier den Hide Hat angeklickt, dann hätte er automatisch die normalen Closes auch, also hier den Closed Hat hätte er dann auch geforscht. So, ich hab's doch gerade schon gesehen, was ich gerne hätte. Wo haben wir's denn? Da. Wooden Raft. Ist so eigentlich mein absolutes Lieblingsding. Ähm, jetzt so die Frage. Holz wäre eigentlich so mein bevorzugtes. Deswegen, äh, wooden window und catwalk. Das. Das. Wollen wir's? Der hat jetzt gepfurtzt. Ganz ehrlich. So. Ähm, ich glaub, das war's schon, was ich davon, also, ähm, ich werd jetzt nicht anfangen, äh, auf Stein hier zu gehen. Bin ich kein Fan von. Bolas brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche ich. Boden klappt. Simple Bad. Du kannst gefälligst woanders hingehen. Ach, kommt schon. Macht sowieso nix. Ah! Da kam so ein Teil runter. Ich seh's gerade. Ähm, Narkotikum brauchen wir auf jeden Fall. Nen Pistol brauchen wir auf jeden Fall. Ach so. Ähm, Satteltechnisch werden wir ein bisschen kürzer hier treten. Einfach, weil wir jetzt ja schon relativ viel haben. Heid ist, denke ich, nicht ganz so verkehrt. Ähm, Wasserreservoir oder sowas brauchen wir nicht. Die Fishing Rod bin ich zwar kein Fan von, aber nehmen wir sie mal mit. Ähm, ganz wichtig sogar eigentlich. Äh, dafür brauche ich aber nur noch Spark Powder, ne? Häuser, Häuser. Häuser. Okay. Äh, ne, mal nicht. Brauchen wir vielleicht auch nicht. Ähm, was brauche ich denn? Moment. ja. Äh, mach mal. Das, 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 das. Auf jeden Fall. Das, das, wird man später sehen, warum. Dich, dich. Jetzt bist du tot. Wolltest du ja nicht auf mich hören. Wärst du mal lieben geblieben. Ähm, was brauchen wir noch? Dich brauchen wir nicht, ne? Eigentlich nur zum gut aussehen bist du da. Das heißt, dass das das Schwert, naja, nicht so ganz meins. Äh, ne, werde ich nicht holen. Also, die brauche ich nicht. Ja, dann nehmen wir das nämlich auch mit. Äh, Chitin könnten wir noch nehmen. Aber, schauen wir erst mal. Äh, Fabricator. Den Generator dann logischerweise. Äh, müssen wir gucken. Also, ich werde ein bisschen was aufbewahren, an Punkten. Für Sachen, die ich vergesse. Oder die halt irgendwann mal nachgerüstet wurden. Können wir schon mal machen. Also, Plattformen möchte ich auf jeden Fall eigentlich alle haben. Was ist das denn? Ah, okay. Ja. Ja, ja. Ähm. Da brauche ich die Chitin, ne? Ja. Das Motorboot. Oh. Oh. Das brauchen wir auch dafür. Okay. Ähm. Und ansonsten, würde ich fast sagen, sind wir so weit, erst einmal durch. Ah, Moment. Äh, wie heißen die Viecher nochmal? Pteradon. Hallo, Pteradons. Hat er mich vergiftet? Warte. Okay, wenn du mich vergiften kannst, dann machen wir das so. Äh, Pteradon. Subtle. Okay. Äh, Dillo. Klingt wie Dillo. Okay. Behavior, Enable Wandering und Behavior, Disable Following. Okay. Anfangen müssen wir trotzdem ganz klassisch. Weil, ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, ach ja, ich hab ja schon das und das erfor- äh, das und das, äh, das gehabt. Also, ähm, mach ich das schon mal rein. Nein, das hatte ich nicht vor. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal neu machen. Aber es geht, äh, das geht, denke ich, relativ schnell. Sich da wieder hochzuziehen. und zack. Sehr schön. Crafting. Sechs Stück sind das. Immerhin. Ähm. Ähm. Ne Bola können wir machen. Dich können wir machen. Und dann können wir schon auf Erkundungstour gehen, würde ich sagen. Die Bolas kommen erstmal auf die 5. Und dann auf die 4 kommt mein direkter Strafvollzug. Okay. Gut. Das Erste, was wir brauchen, kriegen wir leider nur an Land. Nämlich Metall. Hm. Du bist ein Stein. Du bist kein Metall, oder? Ne, du bist kein Metall. Doch, du bist Metall. Okay. Nicht viel, aber da ist Metall dran. So. Okay. Außerdem finde ich hier die Umgebung sehr viel freundlicher. Sieht sehr viel schöner aus hier alles. Metall. Metall. Also es geht mir jetzt gerade nur ums Metall. um nichts anderes. Klatsch. So. Ah, ich weiß, was das ist. Die kann man... Oh, Moment. Ich wollte gerade sagen, dann greifen die nämlich auch mit an, ne? Komm her. Und ja, an solche Kämpfe kann man sich sehr viel besser gewöhnen, finde ich. als an... Oh. Raw Prime Fish Meat. Ähm. Kann man sich besser gewöhnen, als an die... Hey, ich werd gepackt und werd rumgeschleudert und werd tot. Das ist zumindest meine Meinung. Zack. Ein bisschen Heid auf jeden Fall sammeln. Äh. Könntest du mal... da runterkommen? Ja, ja, ja. Danke. So. Okay. Nee. Bolas. Äh. Du. Stirbst jetzt. Nein. Tut mir leid, aber du... musst dich eben... ich weiß nicht, ob du eher Fleisch oder eher Fisch... ach, äh, eher, ähm... Frucht oder eher... Fleisch frisst. Ich glaube aber nicht, dass du ein Fleischwasser bist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh. Ich starve. Ich starve. Okay. Hab ich irgendwie... hier an, dass ich ultra schnell Hunger krieg? Ach nee. Ich hab nur 100 Essen. Haha. okay. So, das heißt, ich brauch unbedingt mein Campfeuer. während ich den hier tame. Wenn ich das gut und gerne aufbauen. So. Schmeißen war... Statches rein. können das mal braten. Ja, ja. Okay. Dir ist zu warm. Ich merk schon. Was futterst du denn? Das wird mich jetzt... Ah, Fleisch. Fleischwasser. So. Hallo. Hallo. Ja, möchtest du hier hinkommen? Äh, was fehlt mir denn für Bolas? Wahrscheinlich Steine... Hab ich Steine? Ich weiß es gerade nicht. Bolas... Bolas da. Touches. Ist doch kein Problem. Haben wir hier eher einen Dschungel. Dann würde ich sagen... Fünf Stück. Sollten reichen erstmal. So, jetzt versteht man, glaub ich, auch, warum ich, äh, den Fallschirm erforscht habe. Weil das Viech... ...soll mich dann auch ein bisschen begleiten. sechs. Uh. Wie viel gab das jetzt? Fast voll, ne? Ja. Jetzt dürfte ich wieder voll sein. Okay. Ähm. Also, ich werde jetzt den, äh, den ersten Part absichtlich etwas länger machen. Drehzeratops. Ah, nee. Ist nicht so meins. So. Was viel eher entscheidend ist, ähm, Sattel, Pteradon, Keratin oder Chitin brauche ich. Du bist grad voll meins. Wobei, ähm, haben wir hier unten irgendwo... Nee. Ich seh grad keiner. Okay, da muss das Viech halt doch dran glauben. Komm. Hi. Komm her. Ja. Komm, 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 komm. Ja, komm. Ja, garantiert. Hi. So. Leider kann man Piranhas nicht... nicht... tamen. Das hab ich mal versucht. Ich wollte dann meine eigene Piranha-Armee züchten. Aber leider funktioniert das nicht. Also, es geht nicht. So, du heißt Fliegi. Options... Change-Name. Fliegi. Accept. So. Was bist du denn für einer? Tja. Du gibst Organic Polymer. Es ist praktisch. So. Das ist echt praktisch. Okay. Moment. Hab dich. Krieg ich die dann wieder? Ne, krieg ich nicht. Okay. So, das musste ich aber ausprobieren. Weil, hätte ich die wiederbekommen, das wäre super cool gewesen. Okay, du bist giftig. Okay. Ja, ich bin immer sehr... Sagen wir speziell. Sagen wir einfach speziell mit Namen. Behaviour, ähm... So, auf. Okay. Ich brauch Chitin. Und zwar jede Menge. Oder Keratin. Aber Keratin zu finden, ist noch schwieriger, finde ich. Okay. Bevor mich jetzt ein Piranha killt. Und meine Sperre, die brechen im Moment echt schnell ab. Ich weiß auch nicht, wo da anders liegt. So. Du gibst doch, soweit ich weiß... Chitin. Nee, gibst du Chitin oder Keratin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibst du was davon. Jawoll. Finden wir es raus, was du gibst. Keratin gibst du. Und davon auch nicht grad wenig. Aber das reicht bei weit noch nicht aus. Ich brauch 75 davon. Der Rest ist ne reine Formalie, das zu sammeln. Aber bevor ich nicht mehr davon kriege, brauche ich nicht damit anfangen. anfangen. Ah, aber womit ich anfangen kann, sind Boote. Boote, Boote, Boote. Wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Ich weiß, die sind irre teuer. Ähm. Also, die brauchen super viele Sachen. Fibers und Wood brauchen die noch. Aber auch das eigentlich eine reine Formalie, das zu sammeln. So. Ist aber auch einer der Gründe, warum ich, äh, wenn ich aufs Meer rausgehe, so viel an, ähm, oh, ne, das ist ein Motorboot. Schwarze Perle, jawohl. Noch was? Ähm, da haben wir's. Warum ich so viel Wert dann drauf gebe, dass ich möglichst viel tragen kann. Das ist sehr, sehr wichtig später. Also, das ist sehr schön. Okay. Erstmal Options Change Name. Äh, Base. So, und jetzt erst mal raus. Müsst ihn hier entlang gurken. Und wunderbar. So, hat den unglaublichen Vorteil, dass ich den Rohstoffen immer nachfahren kann. Das heißt, wenn ich was brauche, kann ich da hinfahren und kann dann da alles mögliche, alles mögliche, alles mögliche, ähm, sag mal schnell, alles mögliche, äh, einsammeln und dann wieder wegfahren. So, aber, das Problem ist, dass man da drauf natürlich keine riesigen Gebäude bauen kann. was ich also immer mache, natürlich, logischerweise, wenn man das macht, mehrere davon. Und vor allem, ganz wichtig, ist ein Bett. Ein Bett auf jeden Fall drauf, weil man teilweise, wenn man dann auf dem Meer ist und dann gesnackt wird, ähm, braucht man eine Ewigkeit sonst, die, äh, wiederzufinden. Und wenn man nur ein, äh, Sleeping Bag draufsetzt, aber auf jeden Fall irgendwas, dass ihr das Ding wiederfindet. Okay, ich sehe ihn da hinten schon. So, im Normalfall gibt es ganz wenig Viecher, die auf dem offenen Meer ein Boot angreifen. Selbst Megathlons greifen euch direkt auf dem Boot, wenn ihr draufsteht, nicht an. Also, wie gesagt, ganz, ganz wenige Viecher, die euch da angreifen. Ein weiterer Grund, warum ich die Boot-Variante am geilsten finde. Das Motorboot, muss man sagen, gab es zu der Zeit, wo ich das das letzte Mal gemacht habe, nicht. Deswegen, ähm, muss ich gucken, wie man das macht. Aber wie gesagt, auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen, das Bett und Platz sparen. Immer so weit wie möglich an Rand. Wobei, das Bett, äh, das Bett, stellen wir wirklich mal safe drauf. so. Dann, was ihr auf jeden Fall braucht, Kisten. Beziehungsweise, ich benutze eigentlich Schränke, aber jetzt, weil ich, äh, ein bisschen sparsamer sein wollte, ist, das sind Megatlons im Übrigen. Und das, und das, und die haben Blut geleckt. Ja, okay. Dann darf ich wohl kämpfen. Komm her, komm her, großer. Vergiss es. Ich bin kein einfaches Mittagessen. Mich zu verdauen, da brauchst du ein bisschen für. Was ist los? Kein Bock mehr, wa? So, das Problem ist, ich muss da aber auch leider wieder hin. Ähm, weil ich muss zu meinem Boot. Und genau das ist so das Problem. Gerade am Anfang. Wenn man, äh, nichts hat, wo man drauf riding kann. Wird sich ändern. Definitiv wird sich das ändern. Was? Ich starve schon wieder? Alter. Hab ich hier die Hungereinstellung irgendwie hochgedreht oder sowas? Äh, Campfire. und dann musst du halt jetzt gerade mal mit denen auskampfen. rauskommt. So. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig sind erstmal Kisten. Die zu haben. Und... Ja, der ist auch nicht schlecht. Äh, Moment, ich hab aber noch kein Puder. Hehe. Da brauch ich gleich Stones für. Ähm... Wo haben wir die Kisten? Chest. Da. Storage Box. Zwei Stück. Ähm... So, Food ist ganz, ganz wichtig jetzt. Hab ich nämlich komplett außer Acht gelassen. Tranquilizer. Was brauch ich denn dafür? Ah! Die, äh, Simple Rifle. Moment. Moment. Simple Rifle. Wo haben wir die... Äh, weil ich hab nur die Amor bekommen. Ich hab nicht die... die, ähm... Die Rifle selber bekommen. Da. Okay. Ähm... Joa, schwierig. Da jetzt wieder drauf zu kommen. Das ist... Nicht so ganz einfach. Einmal das schon mal craften. Brauchen wir auch gleich. Aber ich möchte so gut es geht da jetzt gleich ein, ähm... ein Ding haben, wo ich drauf... äh, drauf gehen kann und dann einfach sagen kann, ich hab hier zumindestens grundlegend erstmal alles. So. Aliopp. Und. Hehe. so. Okay. Nein. Du greifst mich nicht an. Ich war schneller. So, also wie gesagt, im Normalfall Megathlon greift kein Boot an. Er kann auch kein Boot angreifen, nur mal so am Rande. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach ja, im Normalfall, aber, äh, dann doch. Ne, also er kann, soweit ich weiß, kann er gar kein Boot angreifen. So. Okay. Das Fußende machen wir das. Den Kühlschrank stellen wir. Ich finde den... Wir können hier das Boot können wir noch schön machen. Äh, und nicht praktisch. Wird später definitiv Boote geben, wo ich sage, Das hat keiner gesehen. Ähm, es wird definitiv nachher Boote geben, wo ich sage, äh, nee, da muss einfach, äh, da muss einfach auf, auf, ähm, Funktionalität geachtet werden. Hier noch nicht. So, Flints kommen hier rein. Dann habe ich schon mal was für Spark Powder. Äh, und... Zack. So, Spark Powder. Und dann erstmal hier die Sachen rein. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, wenn hier der Hunger ein bisschen höher ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, wirklich so ist, oder, ähm, ob ich mir das nur einbilde. Aber, ich fände es nicht schlimm. So, Rename Wood. Rename Stone. Rename Fibers. Fiber. So. Einmal das und das. Einmal das. Und ja, ich achte drauf, dass, dass Metall ist und kein Stein. Das. Und in den Kühlschrank kommt halt sowas rein, sowas rein, sowas rein, sowas rein, sowas rein. Ähm, das war's. Okay. Access Inventory. Cooked Fischmeat. So. Gibt man mal das. Und damit können wir jetzt schon mal ein bisschen rumfahren. Ähm. Und ich sagte es ja schon, also da gerade mit dem Ersten nicht unbedingt snacken lassen. Was ist das denn? Ist das eine Qualle? Qualle. Vor allem. Ich wusste gar nicht, dass es Quallen gibt. Und ich weiß auch nicht, was die machen. Wenn ich da jetzt reinspringe. kann man die killen? Ja, kann man. What's the shit? What's the shit? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Das hat mir gezeigt, ich greife besser mal keiner Quallen an. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Okay, ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Ja. Keine Schaff. Also, Quallen gefährlich. Ja, muss ich respawnen at random location. So. Ist nicht tragisch. Aber wie gesagt, ist, äh, ist gar nicht so wild. Weil, erstens, ich bin ja sowieso in der Nähe. zweitens, dann kann ich hier auch mal eben, eben, den hier snacken. Oh. Okay. 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 Von mir aus. Da hinten bin ich, glaube ich, gestorben. So. Okay. Okay. Ich sehe jetzt schon nicht mehr so viel. Um genau zu sein, sehe ich gar nichts. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ach, verdammt. Ja, ist okay. Mir aus. Das ist echt unfair gewesen, im Übrigen. So, ja, ja, ist arschkalt. Die Viecher killen sogar die Megathlons. Und das easy. nach unten hin ausweichen. Und dann nach oben hinweg. Ich hoffe, ich bin schneller als die Viecher. ist die schnellste Methode im Übrigen, um wieder an Bord zu kommen. Aha, Bitches. Okay. Ich sehe mal gar nichts. So, deswegen würde ich auch sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei ARK. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.